So, gehen wir mal den Battle Bus durch. Die kann man auch halten. Schalotte. Banner. Herzchen. Schwarzes Herzchen. Die haben wir schon gezeigt. Ich wünsche der Jägerin. Geisterblick. Cartoon Fisch. Was nicht, soll man jetzt auch machen. Sammle Farben und male deinen eigenen Stil. Ich werde mir schon mal was holen. Ich glaube mal die Skiz kann ich mir nicht holen, weil ich den Bälle passen will. Aber egal. Hören wir uns erstmal das hier. So. Dann geht es weiter. V-Box. Das Cartoon Fisch. Kippel. Weltreise. Die Farm. Dämonenjägerklinie. Die finde ich am besten. Herzschläge. Notverwuchs. Weisjäger. Himmelsfeuer. Handgeschmiedet. Das ist auch nicht schlecht. Dann schwarzes Herzchen. Geistblügel. Verderbte Insel. Hörsymbol. Bereit wenn du es bist. Mit Uhr dran. Dämonenfeuerschwert. Das sieht auch nicht schlecht aus. Schallose verzauberter Geist. Fliegende Fisch. Schlammf. Tintenfisch. Läuft nur. Hm. Let's wait. Hundertfellflieger. Ne. Zehnfellflieger. Pistol. Kokswerkzeug. Ditt sinisterstaéd. großer Löffel. jetzt hat das Video hier verhältnis. Was vermiediden wir. GroßesPO. Frühstücksflockentanz. Schimpanski. Sorry wenn mal was doppelt dabei ist, ist schön genial der Battle-Bass. Also den Skin, den will ich unbedingt haben, wenn ihr schon nicht den richtigen Venom habt. Es hat zwar bestimmt nichts mit Venom zu tun, sieht trotzdem genial aus der Skin. Das ist trotzdem von der Marvel Reihe. Saison 8 geht bis 5. Dezember. Na dann. So, das wars dann. Oder gibt es noch was neues? Naja, die Dinger hier. Können wir sammeln. Farben. Zombie-Grün. Und dann gibt es da noch was. Rote Ritter drin. Mhm. Und hier mal Kaltunfisch an. Und hier sind die, die noch nicht feststellen die Skins. Belohnung. Okay, die sieht ja auch nicht schlecht aus. Schimpanski Helm. Das ist auch noch nicht alles rein. Fortnite Crew. Kann ich mir nicht holen. Zeig mal auch mal mit. Spind das haben wir da was geholt. Machst du mir das nicht für unterwegs? Brauchst du für die Kamera? Hier geht's los. So. Das war erstmal kurz das Infovideo. Was so Neues gibt. Stempelkarten gibt es ja auch. Und so weiter und so fort. Bis denner.